Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben in unserer mit Recht so beliebten Sendung Genial daneben, heute mit Frau von Sinn, Gildo Horn, Oliver Welke, Ralf Schmitz und einem unbekannten Gast Ich hoffe, dass wir eine sehr schöne, lustige Sendung vor uns haben und beginne mit der ersten Frage, wenn ich mit der zweiten beginnen würde Wir müssen ihn leider nicht unterbrechen, in den 50ern hat man das nicht so gemacht Ich rede ja nicht von den 50ern, ich wollte auch mal ein bisschen leiser Ich meine, wir fangen ja immer gleich so mit Rambazamba, man muss auch mal nicht Ist auch schöner, aber so geht auch Ja, ist ja auch schon spät Nicht unnötig wecken die Zuschauer, ganz klar Bitte? Nein Ich freue mich, dass Gildo Horn heute nichts sieht Nein, das ist mein neues Image Ja? Verrucht Sarah Leander Verruchte Leander Er hat eben gesagt, er kann durch diese Brille uns alle nackt sehen Ja Wenn das gewusst hat, hättest du den Rücken rasiert Schade Schade, schade Ne, da hätte ich mir eine Hose angezogen Ja Ja Spaßig So Hugo Der ist ja gut drauf heute Der ist aber echt So ein heiß alter Wind hier Irgendwelche Medikamente abgesetzt Heute machen wir dich fertig Ehrlich? Ja Versuch mal die erste Frage Lassen Sie mich mal anfangen Ich fange jetzt mal an Roland Lorenz wohnt in Mödling Das liegt wo? Ja Da geht es schon los, sehen Sie? Keine Ahnung Österreich Ja, ablesen kann ich auch Ja Damit unterscheidest du dich von ihm Ja, das können wir Nein, lass uns alle nett sein Lass uns alle nett sein Entschuldige, ich muss erst mal einen Schluck trinken So geht es nicht Ich trinke mit Die Vorbereitung der Sendung sieht so aus Jemand liest Hugo die Fragen Und sagt, wiederhol nochmal Hugo, nee, was hab ich Nach nochmal Damit du siehst Weil das sieht nur aus Als würdest du lesen wahrscheinlich Sind da Bilder? Ich fange an Roland Lorenz aus Mödling Ich komme mit dem neuen Stil nicht so klar Meine Damen und Herren Sie erleben gerade eine Sternstunde Normalerweise ist das hier, was wir machen, unsinnbar Aber wir machen es einfach Also nochmal Roland Lorenz aus Mödling In Österreich Möchte folgendes wissen Warum befinden sich seit 2005 Auf dem Friedhof Münnerstadt Ich sage gleich, wo es liegt 30 Gräber, an denen niemand trauert Niemand trauert? Vielleicht liegt keiner drin? Münnerstadt liegt in Unterfranken An knapp 8000 Einwohnern Auf dem städtischen Friedhof Befinden sich 30 Gräber An denen man nie jemand trauern sieht Wie kommt das? Da liegen sehr unsympathische Leute Zum Beispiel Die einfach keiner mag Die keine Freunde hatten Ersteres wäre mir lieber gewesen Da liegt keiner Warum nicht? Das sind Scheinträber Die Leute sterben zu langsam in der Gemeinde Und der Totengräber hat vorgearbeitet Aber die kommen mit dem Sterben nicht nach Verstehst du? Das sind Werbegräber Also das sind vom Steinmetz Ist das eine Aktion? Das ist gut Wo eben unterschiedliche Steine Granite, Marmor Das sind so Ausstellungsgräber Wie man ein Grab gestalten kann Bepflanzen kann Oder so eine Werbekampagne Wenn man 30 Gräber auf einmal kauft Kriegt man eins umsonst So Ne, ich glaube Ich glaube, das ist die Alzheimer-Ecke Ich glaube, da werden alle Leute begraben Dessen Partner Alzheimer Die finden die einfach nicht mehr Ne, das ist zu böse Da müssen wir rausschneiden Das ist gemein Ich glaube, das ist so ein emotionales Experiment auch Also so Trauer ist ja was Einfaches Kannst du mal die Brille abnehmen? Ich muss deine Augen sehen Viel besser Okay, reicht Mein Gott, er blickt so gütig Ja Mein Image ist weg Also wie war das jetzt? Das ist ein Experiment Ein emotionales Experiment Wo man versucht, irgendwie Menschen zu desensibilisieren Auch auf das Thema Trauer Was ich so in die Runde werfen würde An der Stelle Es gibt ja wirklich so Es gibt doch wirklich Psychologen Die sich auf Trauerarbeit spezialisiert haben Vielleicht irgendwie Vielleicht üben die Ja, irgendwer muss es ja machen Vielleicht üben die an offenen Gräbern oder so Wer übt da auf den Gräbern? Diese Trauerberater Das Popen üben an offenen Gräbern? Das ist es Das ist unsere Antwort Das sind Ausbildungsgräber für Popen Nicht für Popen Messdiener Für Totengräber Das sind Übungslöcher für Totengräber Für Saatschlepper Für Gärtner Wie heißen denn diese Leute? Verstatter Richtige Antwort Ja Sehr geil Sehr geil Sehr geil Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gibt's überhaupt nicht Also in Münnerstadt befindet sich Deutschlands einzige Ausbildungsstätte für Bestatter Neben Materialkunde, Trauerdekoration, Trauerpsychologie und Bestattungskultur steht übrigens auch das eigenhändige Ausheben von Gräbern auf dem Stundenplan Die praktischen Kurse finden auf dem Lehrfriedhof statt, der Bestandteil des normalen Friedhofs von Münnerstadt ist Man erkennt die Grabstellen der Bestatterakademie an den Grabsteinen, weil die keine Inschrift tragen Also steht natürlich an den Gräbern auch keiner, der trauert Aber da üben die So mal Saat drin, Saat wieder raus, Ruff runter Da könnte ich ja vielleicht auch mal Probe liegen Aber warum 30? Warum denn 30? Was gibt's da verschiedene Schwierigkeitsgrade? 30? Vielleicht ist die Nachfrage so groß Das ist so eine ganze Klasse 30 Leute Und du erkennst die schlechten Schüler daran Die sind rund, die Gräber Oder das ist ein Berg statt ein Loch Oder sowas Aber das finde ich gerade, fände ich das gut Das eine ist Erde, zum selber Ausheben Das eine ist Erde, das nächste ist schon Lehm Das andere ist Beton Das ist nicht schlecht Die zweite Gruppe muss immer wieder zuschaufeln So geht das endlos weiter Der Azubi Der Praktikant Ja, Roland, es tut mir wahnsinnig leid Aber kein Geld, kein Geld Gabriele Renner wohnt in Lippstadt und möchte wissen Was ist das Sommerdreieck? Das Sommerdreieck Das weiß ich auch Ich auch Jeder weiß es Ich sag das nicht, was das ist Also es gibt ja auch das Sommerloch Das ist Moment, 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 Moment Was ist denn? Nee, die laufen über das Sommerloch Was ist das Loch? Die laufen über das Loch Die laufen über das Loch Ich glaube, ich habe mich gesehen Das ist Loch Kannst du noch machen? Oder auch den Sommerkreis Das sind die Kollegen und die Mädchen auch, die sich gerne auf die Sonnenbank legen Die haben immer so einen runden Kreis hinten am Popo, weil die sich nicht genügend da auf der Bank hin und her rollen Und werden nicht einheitlich braun Und das Sommerdreieck ist, wenn die mit so einem kleinen Schlüpfer auf die Sonnenbank gehen Und haben hinten so ein Dreieck Und vorne am Ende auch Das ist das Sommerdreieck Also ein Phänomen aus der Sonnenbank Finden Sie? Nein Finde ich? Ich sag das überhaupt nicht Ich sag das gerne mal testen Können wir alle aufstehen? Ist das Sommerdreieck einfach nur ein extrem schlecht produzierter Sommerreifen? Oh Gott im Himmel Hallo, es gibt eine dreieckige Burg Robi, Tobin, das Lieferty, die waren da Ja So, du kriegst kein D mehr Aber ich bleibe bei Haut Das Sommerdreieck ist ein Phänomen vom Hautarzt Dass eben hier die Dekolletes, die besonders der Sonne ausgestrahlt werden Dass da besonders viel so Karzinömchen und so wuchern Pizzepickel Und so Das Sommerdreieck ist also ein Phänomen Wir sind beim Hautarzt Warum würde ich das, so würde ich das jetzt nicht sagen Aber es ist ein Hautphänomen Es ist auf jeden Fall kein Hautphänomen Aber dann müssen wir mal was anderes vorstellen Ein Verkehrsdreieck, was immer in der Sommerzeit für Chaos sorgt Entweder wegen Ferienbeginn, andererseits kommt hier aus Lippstadt aus der Ecke Ich selbst da fahren kaum Autos Das Kamerlokreuz Das Kamerlokreuz Ist das ein Verkehrsphänomen? Verkehr hat das auch entgegen Aber es ist, würde ich mal manifestieren, dreieckig Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster Gewagte These Das war jetzt sehr mutig Ja Gruppe Es kommt einfach aus der Wettervorhersage Wenn die dann da, die stehen ja dann immer da und sagen Es scheint die Sonne diesen Sommer in Köln in Berlin und in Hamburg In Köln in Berlin und in Hamburg In Köln in Berlin und in Hamburg Büsseldorf Und München interessiert kein Schwein In Köln in München Du hast doch wirklich irgendwo im Raum Freiburg die Ecke mit der meisten Sonneneinstrahlung in Deutschland Vielleicht haben wir da ein Sommerdreieck Wo wäre denn da das Dreieck? Ja das musst du dir malen Wolltest du ja alles machen Mensch Sommerdreieck Sommerdreieck Das ist bestimmt eine Pflanze Bestimmt Eine dreieckige Pflanze Oh da Ah Moment 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 Ja ich führe euch immer hin Moment Das würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen Ja Da würde ich mich momentan noch nicht so äußern Ich möchte einfach diese Spannung einfach mal in der Luft hängen bleibt Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder da Bis gleich So was ist dein Sommerdreieck? Wir wissen Gilde Horn hat vor langer Zeit gesagt das ist eine Pflanze Ihr habt lange überlegt zu welchem Schluss seid ihr gekommen Ist es eine Pflanze oder nicht? Nein Ich denke aber dennoch ist es ein Phänomen aus Fels und Firmen Aus wem? Oder auch aus der Tierwelt Fels und Firmen Ja es gibt ja auch den Ausdruck Himmelfels und Firmen Ja Ich glaube ich gehe da nicht weiter drauf ein Weil ich hier gerade so auf mein Eichhörnchen gucke Vielleicht ist das Sommerdreieck ein Phänomen Wo die Tierchen im Wald im Sommer ihre Vorräte abknabbern Sammeln und für den Winter Und deswegen gibt es eine Und die machen das vielleicht so lustig in so einer Gibt es dann Wir sind nicht im Verkehr Also ich denke mir so ein schönes Plüschwarndreieck So für die Autobahn Das ist das Sommerdreieck Einer der Der ist Designer und der hat halt für jede Jahreszeiten Waren Weil er einfach unglaublich oft liegen bleibt mit seiner Scheißkarre Deswegen hat der für den Sommer Und Herbst Wie sieht das von Herbst Herbst aus Braun 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 Ich bin Verkehr finde ich total gut Wie wäre es denn das ist dieser Effekt Die Schweizer fahren nach Deutschland Die Deutschen nach Holland Und die Holländer in die Schweiz Oh Finde ich auch gut Sehen wir vielleicht beim Hutmacher Ist das Sommerdreieck ein bestimmter Mein Übergegen Luft Nahtlos Hat Dreiecken Dreiecken hat mein Hut Und hält er nicht Dreiecken Dann wär es nicht mein Hut Der Sommerdreieck Hut Das heißt das Sommerdreieck ist also ein Hut Wie wir gerade gehört haben Es hat weder was mit Verkehr zu tun Noch was mit Hüten zu tun Es ist auch kein Schmetterling und kein Kaninchen Eine weitere gewagte These wo ich das Eichhörnchen sehe Ist das Sommerdreieck vielleicht ein Eichhörnchen Oder eine Brille oder ein Tisch Oder ein Glas Warum sollte das ein Eichhörnchen sein Das manchmal liegen die Sachen viel näher als man denkt Eben Es hat da was mit Tieren zu tun Herr Meiler Es hat was mit Tieren zu tun Mit welchen Vielleicht ist das unter dem Schweif Von Pferden oder von Kühen Weil die im Sommer einfach anders verdauen als im Winter Nämlich in Dreiecksform Verstehst du Es hat eine andere Es hat eine andere Mein Pferd hat gerade wieder eine Triangel geschissen Ja Oder eine Pyramide natürlich Nein aber der Tierarzt spricht davon Wenn eben im Sommer vielleicht der Stuhlgang flüssiger ist als im Winter Bei mir nicht Spricht ja von dem Sommerdreieck Weil es so Zwei sein Also erstmal könnte es einfach eine bestimmte Fellfärbung sein zum Beispiel Die nur im Sommer erscheint bei bestimmten Tieren Wir sind nicht bei Tieren Schade Dann bin ich bei Meeresströmungen Wir sind nicht bei Meeresströmungen Meeresfrüchte Wir sind bei der Herstellung von Gegenständen Von welchen Wenn er das kann kann ich das auch Dann sag ich auch einfach irgendwas Wie ist das denn? Pflanzen sind wir auch nicht Das ist Das ist Unweiß überlegt Jetzt müssen wir mal kurz überlegen Was für Bilder sind gemalt? Pflanzen sind wir auch nicht Oder haben die Beine die Bilder? Bitte? Keine Beine die Bilder? Keine Beine Pflanzen sind wir auch nicht Wie wir beim Optiker Beim Augenarzt Ist es eine bestimmte Durch die Sonne Eine bestimmte Einstrahlung Auf der Hornhaut Auf der Netzhaut Hat es was mit Wenn sie schon so gucken Weiß ich bin ganz weit weg Will ich so nicht sagen Optik Sondern sehr sehr weit weg Riesen weit weg Danke Sie böses Altes Ding Ist das Sommerdreieck Bei der Bravo Das Dreieck Was man macht Wenn man die Seite Ganz nur so halbschnell Zugeklappt bekommt Von Doktor Sommer Weil deine Mutti ins Zimmer kommt Ja genau Oh die Mama kommt Nein ich guck mir grad Was über Tokio Deine Mutter kommt heute noch Im Zimmer Und er wird es ganz schnell Zuklappen Aber die Seiten sind so verklebt Weißt du Lalalala Die Bilder kriege ich auch nicht mehr aus Komm Ne ne Moment Die Bilder kriege ich nicht mehr aus Das Sommerdreieck Gil du könntest du dich mal Netz äußern Man ist mittendrin und weiß überhaupt nicht Was man sagen soll Genau Tut einem auch weh Also Sommerdreieck Es ist was Psychologisches Es ist was Psychologisches Kleidung Es sind in der Seefahrt Dreieck denke ich mal Segel sind dreieckig Segel, Wasser, Schifffahrt Sommerdreieck Ist das ein bestimmtes Segel Was gehisst wird Weil im Sommer Andere Lüftchen wehen Als im Herbststurm Handelt es sich dabei Vielleicht Das ist ganz Moment, Moment, Moment Kinder Segel, Schifffahrt Wir freuen uns zu früh Das ist sehr sehr weit weg Nein Das Sommerdreieck Lass ihn was sagen Lass ihn was sagen Lass ihn was sagen Wenn man sich Dreieckig Sehr gut Genau Wie in der Psychologie Dass Dreiecksbeziehungen Im Sommer Häufig auftauchen Weil die Menschen Im Sommer mehr flirten Als im Winter Das Sommerdreieck Ja eine Dreiecksbeziehung Achso Wieso Nicht bei Kleidung Sind wir auch nicht Das ist aber ein psychologisches Phänomen Ne Sag ich es euch Dann bin ich erstmal Finanzweltbörse Sommerdreieck sieht man am besten Ab Juni sieht man das am besten Und zwar bei klarem Nachthimmel Aber nur auf der Nordhalbkugel der Erde Ein Sternenbild Ein Sternenbild Ein Sternenbild Ein Sternenbild Ein Sternenbild Wie einfach Die drei hellsten Sterne aus drei verschiedenen Sternenbildern Nämlich den hier Bilden die Eckpunkte eines Dreiecks Diese drei Sterne sind so hell Dass man sie schon während der Dämmerung sehen kann Weil man das besonders gut im Sommer kann Sprich der Astronom von Sommerdreieck Da hätte man nur wirklich Ja hätte man Ich hatte irgendwann auch Sterne im Kopf Aber eins sag ich euch Wenn man gesagt hätte das ist ein Sternbild Dann hätte ich gesagt wie heißen denn die Sterne Und dann hätte man mal auf den Weg Ja Stimmt Das muss man wissen Das muss man wissen Also Gabriele Renner 500 Euro für Sie Gratulation Meine Damen und Herren Es gibt bestimmt noch viele viele Menschen unter Ihnen Die jetzt sagen ich habe so viele Fragen zu Hause Und ich weiß nicht wohin damit Schicken sie uns die Genial daneben 50 6 an 6 Köln Oder sie rufen an 0137 18 15 20 Eine E-Mail fragen At genial daneben punkt Oder sie machen es wie Marcel Schwarz Er wohnt in Wipperfürth Und hat gesagt ich komm einfach mal hin Und guck mir das alles mal an Im Gewerbegebiet Hürttkalt scheuren Ist er heute Abend Marcel wo sind sie denn? Da ist er Marcel herzlichen Glückwunsch Sie haben zwar noch nicht gewonnen Aber könnte mir vorstellen dass es klappen könnte Ich weiß es nicht bei denen weiß man ja nie Ich stell mal ihre Frage Marcel möchte wissen was ist ein sogenannter Nackenbeißer? Ah vielleicht ein enger Kragen Ist das sowas wie ein Edelzwicker Jetzt müssen Sie noch kurz erklären was ein Edelzwicker ist Das ist ein Wein Mein Freund Das ist ein Wein Edelzwicker Nackenbeißer Naja das könnte Das ist sowas wie ein Eischhörnchen Ist das ein Dama Sutra Kama Sutra Nein das ist was aus dem Kama Sutra Wenn ein Mann sehr gerne dem Weib der Frau Also von ähm von der Von der Wenn er gerne sie festhält mit dem Ich glaube das ist ein Phänomen bei Er hat noch nicht nein gesagt Jetzt schon Wenn ich jetzt sagen würde Richtung ist nicht übel Würde ich zwar die Wahrheit sagen Aber ich würde euch wahrscheinlich auf eine völlig falsche Weil wir natürlich bei Löwen sind Moment In der Tierwelt Wir sind beim Geschlechtsverkehr aber bei Tieren und zwar bei Löwen Genau Weil wenn die nämlich rammeln beißen die die Mädchen immer in den Nacken Genau Auf Spaß Genau So wie Sie Genau das selbe Nicht nur die Ich habe noch nie einem Löwen in den Nacken gebissen Ja Aber sie würden gerne Gerne So siehts aus Du träumst davon Hör doch auf Die Mähne stimmt ja schon Die Mähne ist ja schon da Also wir sind bei Katzentieren und es geht um Geschlechtsverkehr Richtig Nackenbeißer sind die wo die Männchen die Weibchen festhalten im Nacken Genau Sind wir in der Tierwelt? Ja Nein Oh schade dann ist es nicht der Dackel der hochspringen kann Und wenn wir doch beim Menschen sind Was? Ich wollte ihn auch unterbringen Ich dachte Wadenbeißer Nackenbeißer Dackel hochspringen zack rein tot Aber es beißt ein Hä? Aber es beißt ein Mensch Das ist der einzige Hund wo er größer ist deswegen zitiert er den Aber es geht darum dass ein Mensch einem anderen Menschen in den Nacken beißt Nein wir sind bei Bettwürsten Richtig Eine unglücklich hingelegte Bettwurst Eine Bettwurst ist ja eine Nackenrolle Ja Und ein Nackenbeißer ist ein schlecht verarbeiteter Reißverschluss in einer Bettwurst Der zurück beißt Nein weil wenn du auf dem liegst dann beißt dich der Reißverschluss in den Nacken Wenn er aber gut verarbeitet ist dann liegst du ganz komod Liegen sie denn auf einer Bettwurst? Nicht wirklich Es gibt im Nacken ein faszinierendes Phänomen was nur eine ganz auserwählte Anzahl von Menschen hat Ich gehöre dazu und zwar wenn sie alle mal ihre Hand nehmen und im hinteren Kopfbereich den Schädel fühlen Da haben einige Ja genau Dann werden wir Haare Nein Da haben einige haben hier hinten so einen Zacken so einen Dorn Hab ich Und sehr viele nicht genau Hab ich Und da kann es passieren dass wenn man zu weit nach oben guckt dass man sogar das Bewusstsein verliert Wenn man mit diesem Dorn im hinteren Teil etwas macht da liegen locker 50 20% Intelligenzquotient nur in diesem Teil wenn man den nicht hat tut es mir leid Und das ist ein Nackenbeißer eine eine Verletzung des Nackens wenn man irgendwie hochguckt und dann so Wenn man nach oben guckt wird man bewusstlos Wenn man so ein Ding hat dann wärst du doch ständig bewusstlos Ja Bin ich ganz wunderschön dass du ihm das sagst wo wir zusammen 1,80 Meter sein aber egal Ist es denn so ein orthopädisches Phänomen aus erster Reihe Kino dieses klassische Nacken überreißen ist es sowas orthopädisches Also orthopädie würde ich einfach mal ausschließen Es ist eine äh Zeckenart Oh die aber nur in den Nacken beißt Wie viele Zeckenarten gibt es denn? Viele Da gibt es die Wadenbeißer Die Dekolletébeißer Die Achselbeißer Die Ohrenbeißer Und eben auch die Nackenbeißer Und ganz die Gansverschlinger die sind schlimm Ich hab wieder was gesagt was keiner versteht Machen nur so weiter Mach auf morgen sitzt der da Also verabschiedet euch mal von den Tieren Aber wir sind bei den Menschen wenn es was mit Sex und Kopulation zu tun hat Ja 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 Im Sportbereich Das ist sowas wie ein Wadenbeißer So ein ganz agiler Du meinst ein Wadenbeißer aus Transsilvanien sozusagen Ja so in der hinteren 4er Abwehrkette Das ist schon Mit so einem Kragen der Beißer Mit so einem Kragen der Beißer Das ist gut Mit so einem Kragen der Beißer So Schwarzenbeck von früher Ja ja Katschenmäßig Katschenmäßig Sind wir vielleicht in der Schwangerschaft Was da? Und der Nackenbeißer Ich nicht, ich? Ja gut An der falschen Stelle schwanger So ein Nacken So ein Nacken Ja Das war eine schwere Nackengeburt Ja Sehen wir vielleicht beim Schneider Es gibt ja auch so Grunde Vatermörder Das sind doch glaube ich diese steifen Hier Vielleicht sagt der Schneider Das hat er ja schon ganz am Anfang als erstes gesagt Ja Mit Kragen Aber so was ist das? Da habe ich ja gar nicht reagiert Keiner hat mich gefragt warum ich da nicht reagiert Warum denn? Weil es falsch war Hätte man drauf kommen können Ist der Nackenbeißer vielleicht eine bestimmte Zange Wo nicht im vorderen Bereich gebissen wird Sondern hinten der Nussknacker zum Beispiel könnte sein Also der Nackenbeißer Er guckt schon So 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 Bei meiner Zange gibt es ein mehrstufiges System um zuzugreifen Im vorderen Bereich haben wir eine breite Stelle um zum Beispiel Nägel aus der Wand zu ziehen Im mittleren Bereich haben wir eine verengte Stelle um zum Beispiel keine Ahnung Nägel aus der Wand zu ziehen Und im hinteren Bereich da ist der Nackenbeißer Da kann man im hinteren Bereich nochmal zum Beispiel Nägel aus der Wand zu ziehen Ja Nackenbeißer Das ist der Klips Den Nackenbeißer klappt Weil Nägel haben ja Köpfe Ne, ne, ne Doch Nägel haben Köpfe Nein Auf die Beine In meiner Welt haben Nägel keine Köpfe Man sagt doch Nägel mit Köpfen machen also haben Nägel Köpfe Können Sie mal aufhören zu schreien ich sitze dazwischen Ist ja furchtbar Und dieser Nackenbeißer klappt den Kopf des Nagels hier am Nacken abknapsen Haben Nägel Köpfe oder nicht? Ja das ist nicht so schlimm sie haben keine mutter und das finde ich tragen Aber es gibt doch Ich sag mal so eine Handwerksfrage ist normalerweise der goldene Weg hier 500 Euro abzuräumen weil keiner von uns auch nur für 5 Pfennig Ahnung davon hat Und das Schöne ist ich weiß es jetzt endlich Dann können wir ja gehen Wir sind im Sanitärbereich in einer Badewanne Aber wir wussten es doch gar nicht schon Wir sind da oben in dem Ding wo der Pümpel drin wohnt Wir sind oben in dem Ding wo der Pümpel drin wohnt Also mein großer Bruder hat ja ein schweres Trauma davon getragen weil das Heli nie auf dem Stöpsel sitzen musste Mein Bruder musste immer auf dem Stöpsel sitzen Und das Heli durfte auf der anderen Seite der gemütlichen Seite der Wanne sitzen Vielleicht wäre es besser gewesen wenn sie auf dem Stöpsel sitzen Jetzt wird ja alles klar Ein Jugendtrauma Meinen sie dann hätte ich in der Jugend schon guten Sex gehabt Natürlich Wenn es Wasser abläuft Nein aber der Nackenbeißer Pass auf Hallo Hallo hando 對對 kills Ich meine was ganz anderes Aber Deins ist schön Wenn Your hypers öch laus nach illustri ich helden Mit primer Das Wyn der hat du also nicht nur auf dem Stöpsel saß Meine Bruder hartmut Sich Nicht nur auf dem Stöpsel saß sondern sich auch anlehnen wollte, dann war oben immer diese kleine Vorrichtung, wo man den Stöpsel ja reintat. Und wenn man sich an diese Vorrichtung lehnt, hat man einen Nackenbeißer in der Wanne. Okay, stimmt oder habe ich recht? Es stimmt! Alle geben mir recht, Herr Balder, nur Sie wieder nicht. Die alte Regel, wer schreit, hat recht. Aber ich muss der Sendung jetzt fernbleiben, weil dieses Stuhl, das kriege ich nicht mehr aus der Wanne. Nicht mehr. Alter Spießer, jetzt sag doch mal, war das denn mit dem Werkzeug, eben mit der Zange, war das denn so ganz blöd? Völlig. Ja, guten Sitz, ich muss mal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Ich habe auch die Zähne getippt. Nackenbeißer. Also wir hatten eben, Indos-mäßig. Wir hatten ja eben schon, Ralf sagt ja am Anfang nur was mit Sex und so weiter und kann man Sutron hinten reinbeißen. Daraufhin sagt der Herr Balder, erstmal schöne Bilder im Kopf und sagt dann, ja, aber ich sage nichts dazu. Deshalb glaube ich, es hat etwas mit Sport zu tun, mit Ringen. Der Nackenbeißer ist eine bestimmte Form beim Ringen, beim Kampfsport, beim Judo, beim Karate, beim Golfen, wo man den Gegner voll am Nacken packt. Ja, die meisten Kampfsportarten ist beißen eigentlich verboten, soweit ich weiß. Ja, beim Golfen. Aber sowas, und beim Sport, wo man eine bestimmte Griffart, wo man sagt, oh, sie gucken so, wenn er es vormachen soll, bitte mit ihm. Ich habe nur Test, also mit ihm. Eben, ich kann nicht, weil ich bin viel zu alt, dann mit ihr, sie ist viel griffiger. Also ich komme mit den Zähnen nicht an mein... Ich habe das doch ja als Kompliment gemacht. Ja, natürlich. Er muss es nicht vormachen, weil es mit Sport nichts zu tun hat. Gar nichts. Gar nichts. Schlagt doch mal ein paar andere Richtungen ein. Wie wäre es denn mit Modellflugzeugen? Wie wäre es denn zum Beispiel nicht mit Modellflugzeugen? Der Nackenbeißer ist natürlich ein Sternzeichen. So. Ja. Liegt direkt am Dreieck, weil das war vorher ein Viereck und der Nackenbeißer hat hinten eine weggenommen. Nackenbeißer. Wie ist es denn mit einer Brille, die man nicht auf der Nase trägt, sondern im Nacken? Wenn du es mal ganz kurz vormachen möchtest. Das sieht bestimmt sehr albern aus. Dreh dich bitte um. Ein Nackenbeißer, ihr Lieben. Komm, das sieht doch süß aus. Sind wir vielleicht in der Zahnmedizin? Ist es vielleicht Tanzlehrer-Jargon für irgendeine Art von Engtanz oder so? Also Jargon ist es, sagen wir es mal so. Aber nicht Tanzlehrer. Nicht Tanzlehrer. Dachdecker. Zahnarzt-Jargon. Ja, außenrandspannend. Das könnte ein Blick sein. So, und jetzt kommt der Zahnarzt von Bernhard in den Spann. So, der kommt mal kurz hier runter. Wisst ihr, was das Schöne ist? Der hat das noch nie gehört, den Ausdruck. Aber es ist aus der Welt der Zahnmedizin. Aber es ist Jargon. Es ist Jargon. Aus der Seefahrt? Ah, der Nackenbeißer könnte natürlich auch etwas sein. Wir sind beim Klettern oder Seefahrt, das ist mir eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall, wir sind irgendwo, wo Seile oder Masken oder sowas sind. Und der Nackenbeißer ist ein Knoten oder etwas, was sich dort festhält, quasi im Nacken. Deswegen, wo man sich dann so dran hochziehen kann. Jetzt sage ich es euch. Nein. Das tut weh. Okay, ich sage es euch nicht. Doch, doch, sag es uns, bitte. Ich sehne mich seit Minuten danach, dass Sie das endlich auflösen. Ist wahr. Also, Nackenbeißer finden wir in einer... Ich sage es euch nicht. Kneipe. Nein. Es ist etwas Weibliches, wo der Nackenbeißer drin ist. Nackenbeißer nennen die Buchhändler diese kitschigen Liebesromane in Taschenbuchform, wo auf dem Umschlag meistens eine wunderschöne Vollfrau abgebildet ist und ein Mann, der sie... Vollschlanke Frau, sagen Sie es ruhig, Herr Waller. Vollschlanke Frau, der sie im Arm hält und so tut, als ob er sie auf den Hals küssen will. Dafür gibt es einen Fachausdruck. Ja, das sind sogenannte Nackenbeißer. Natürlich. Sagt der Buchhändler. Haben Sie sich ausgedacht? Nein. Wir haben es recherchiert. Sag mal, was liest du zu Hause? Wir haben es recherchiert und es stimmt tatsächlich. Das nennt der Buchhändler Nackenbeißer Marcel Schwarz 500 Euro. Danke sehr. So, ich werde euch die nächste Frage stellen und die geht wie folgt. Sascha Faupel aus Brieselang, der ist in Brandenburg. Sascha Faupel aus Brieselang. Ich finde, dass wir sollten über den Namen nicht lachen, der ist albern genug. Entschuldigung, das hat er gesagt. Ich habe nichts dazu draus. Sascha Faupel aus Brieselang möchte wissen, wie kommt ein australischer Vogel zu dem Namen Säulengärtner? Säulengärtner. Säulengärtner. Kleine Information. Der Säulengärtner lebt im australischen Regenwald, wird bis zu 20 Zentimeter groß. Und warum heißt der Säulengärtner Säule? Ich glaube, dass es Termitenvölker gibt, die ihre Stämme oder wir haben Völker in so ganz, in so großen Säulen anlegen. Und dieser Vogel ernährt sich am liebsten von Termiten, der hat so einen ganz langen Schnabel. Russelförmlich. Und während der vielleicht in diesen Löchlein von diesem Bau rumstarkst, tut er auch irgendwas für die Vegetation im Umkreis. Und deswegen heißt er so. Das hat was mit Termitenvölkern zu tun oder mit Ameisenvölkern. Säulengärtner deutet ja darauf hin, dass der nicht wie andere arbeitsscheue Vögel einfach auf dem Baum rumsitzt und tirilliert, sondern der verrichtet ja Tätigkeiten. Der muss irgendwas Sinnvolles machen, was im weitesten Sinne mit Gärtnerei zu tun hat. Also zum Beispiel pflanzt der nebenbei noch was oder jätet ein bisschen oder zupft Unkraut. Solche Geschichten. Ich glaube, der versteckt Samen für den Winter, den es im tropischen Regenwald leider nie gibt, aber er ist halt evolutionsmäßig halt noch so drauf. Kleine Samen in den Bäumen, so von unten nach oben, wie in einer Säule. Er pflanzt sie und da wachsen dann sogar teilweise Pflanzen drauf, halt solche Schmarotzerpflanzen. Warum sollte er das tun? Weil er sie versteckt vor Fressfeiten, die auf dem Boden herumkriechen. Welche? Da waren Sie jetzt überrascht, wie zügig ich darauf antworte. Welche? Schlangen, Mäuse oder andere Krabbeltiere, wie zum Beispiel Ratten. Nagelschirbel. Oder auch Löwen, wenn die nicht gerade am Nacken von Ihnen, von Baldas am Nacken gepackt werden. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann bin ich dafür, dass der säulenförmig schon mal erstmal dafür empfängt, dass der kotet. Der kotet so. Der kotet. Ja, manche koten ja dreieckig und andere säulenförmig. Das haben wir ja zu geerbt. Ich glaube, dass der säulenförmig kotet, also dessen Kot sich so mit so kleinen Säulen hinterlässt. Das haben ja viele. Hinterlässt. Und natürlich in dem Vogelkot sind natürlich auch Samen und alles, was der vorher gefressen hat. Das wohnt ja in dem Kot. Und vielleicht andere Tiere holen sich das so Stück für Stück von diesen Säulen und dadurch, dass der eben Gerzner des Waldes dann, der Flora ist und Fauna, nennt man den Säulengärtner. Vielleicht pickt er ja auch wirklich Ungeziefer oder sowas wirklich raus. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass er Bäumen hilft, die von Ungeziefern zu befreien. Nicht, dass er nur was reinpflanzt, sondern dass er, also ich wollte mal was sagen. Entschuldigung. Ich wollte was sagen, ja. Ja, aber es stimmt ja, warum könnte der denn Säulengärtner heißen? Denk doch mal nach, warum? Der wohnt vielleicht einfach so säulentechnisch da so rum. Der baut, äh, also auch in Mauern. Also stellt Säulen her. Seine Nester sind säulenförmig zum Beispiel. Nein, aber er macht was. Vielleicht, vielleicht ist der, vielleicht ist der, vielleicht ist der Vogel säulenförmig. Ja, also der knopselt sich kleine Äste ab und macht, äh, wie ein Gärtner mit einer Harke benutzt er das als Werkzeug, um Säulen zu bauen. Zum Beispiel. Der Westen, der geht hin und mit seinem Speichel und Kot haben wir jetzt ja schon mal draußen, können wir den ja gleich mit benutzen, und baut aus den, ähm, aus Steinen, die er findet, kleine Säulen, um obendrauf dann sein Nest zu bauen, zum Schutz gegen Tiere, die von unten vorbeikommen, wie zum Beispiel kleine Säugetiere, Schlangen oder der Löwe, der von Balder gerade im Nachmittag wird. Genau das macht er nicht. Aber Gärtner, das heißt, er zieht, es gibt ja Ameisen, die, 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 also mit Steinen schon gar nicht. Es gibt ja Ameisen, die legen Pilze an, und diese Pilze, die, ne, das weißt du bestimmt, da, irgendwie, Blattschneideameisen, die schletten die Blattschneidezeug da rein, also diese Blätter, und dann entsteht so ein Pilz und dann darauf wachsen dann irgendwelche Tiere und die werden gemolken und so weiter. Also im weitesten Sinne tragen die Ackerbau und Viehzucht. Ach klar. Also das kann man ja, ist ja alles im, weil... Ich war noch gar nicht fertig, aber reden Sie ruhig weiter, das ist sehr schön. Das ist ja, ich wollte nur sagen, das ist ja alles im weitesten Sinne richtig, aber es muss ja erstens mal für den Fungel einen Grund geben, warum man das tut. Aber das mit dem Nest ist jetzt völlig falsch, dass diese Säule auch gleichzeitig das Nest ist, weil ein Nest hat eine Schutzfunktion für die Jungen, deswegen baut das höher einfach aus Ästen, die er findet. Also Nest ist es eher nicht. Ein Familienhaus, was weiß ich. Wie wäre es denn mit Wasser? Warum könnte dein Vogel denn sowas machen? Weil der Boden überflutet wird. Hat der vielleicht keine Nester auf Bäumen oder auf Felsen, sondern baut der vielleicht seine Nester in der Erde? Das heißt, dass der säulenförmige Höhlen baut und damit aber eben auch den Boden aufflügt? Also mit dem, ich sage ja, mit Nest hat das nicht so viel zu tun. Vielleicht hat der so eine Sinnesstörung, dass der überhaupt nicht viereckig kann, der muss immer rund. Und wenn man ja auf Dauer rund geht, dann wird es ja eher eine Säule, also eine runde Säule. Also eine... Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Könntest du das mal so zwei, drei Jahre lang machen? Also ein Beispiel, ich habe eine Matrize vorbereitet, können wir die gerade einbringen? Wer kennt das noch, dass man an der Matrize riechen konnte? Der kennt der noch, oder? Und die anderen sind alle Jahrgang... Vielleicht hat es was mit der Matrize zu tun. Nein, vielleicht ist er ein sehr schlechter Flieger, der fliegt einfach, der kommt ganz schlecht von alleine hoch und baut sich deswegen so eine Startrampe, von der aus der dann lossegelt. Schöne Idee. Also ich meine, wir sind ja schon so weit, dass der Vogel sich da so etwas Säulenartiges baut, aus was auch immer. Das können wir vielleicht auch noch klären. Ja, Frage ist, warum tut er das? Denkt mal Ruhe drüber nach. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis bald. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder, ich möchte immer noch wissen, wie kommt ein australischer Vogel zu dem Namen Säulengärtner? Wir sind zwar schon ein bisschen weiter gekommen, aber noch nicht am Ziel. Bitte. Ich wollte nur sagen, dass der Herr Welke eine Idee hat. Meine neueste Idee ist, dass er, wir haben ja gefragt, warum baut er überhaupt solche hohen Dinger, vielleicht natürlich der übliche Grund, um Frauen zu beeindrucken. Rechte Antwort. Nein. Es ist so einfach. Ja. Ich meine, der kann sich halt kein dickes Auto kaufen. Natürlich nicht. Was soll er machen? Was soll er machen? Es ist so einfach. Jedes Vogelmännchen, also das Vogelmännchen um Weibchen balzen, das wissen wir ja, jeder Art macht es anders. Im australischen Regenwald lebt ein Vogel, also dieser australische Säulengärtner, 20 Zentimeter groß, der baut bis zu zwei Meter hohe Imponiergebäude. Nein. Also das gute alte Wehr hat den längsten Spielen. So was. Um die Weibchen zu beeindrucken. Dazu windet er gesammeltes Reisig, andere Pflanzen um den dünnen Stamm eines noch jungen Bäumchen. Bis zu zwei Meter hoch schichtet dieser Vogel sein Dekomaterial auf und zum Schluss wird das Ganze mit Blütenfedern, Insektenkadavern garniert und fertig ist die Laube. Was finden die Frauen daran gut? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf der Rest steht. Ja. Das sind so die ganz einfachsten Erklärungen und die stimmen dann plötzlich. Was machst du, den Balzruf oder was machst du die ganze Zeit? Ich finde das so gut, dass das so einfach geht. Ich habe es in der Pubertät mit Sprechen versucht. Ich wollte gerade schon fragen, wie haben Sie Ihre Frau rumgekriegt? Ja, ein Kürmchen gebaut. Guck mal, guck mal. Oh, bei dir ziehe ich ein. Das ist ja toll. Und zwar mit Lego. Ja, genau. So, also Sascha, es tut mir wahnsinnig leid, aber das haben wir dann doch irgendwie geschafft. So, gehen wir mal nach Luckenwalde. Das liegt in Brandenburg, dort wohnt Gunter Kießlich. Sehr schöne Frage von Gunter Kießlich aus Luckenwalde. Was ist ein Wiesenschleicher? Ein Wiesenschleicher ist vielleicht so eine Sprenkleranlage. Also es gibt ja so Frittete, Frittete, Frittete. Aber die war kaputt jetzt. Und der Wiesenschleicher ist einer, der durch die eigene Bewegung, wie so eine Blindschleiche, bewegt er sich über den ganzen Rasen und kann deshalb den großflächig benetzen. Und was macht der dabei? Der ist also nicht nur an einer Stelle immer Ftä, 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 sondern der macht Frittete, Frittete, Frittete und schleicht, ja, schleicht so. Ich glaube, ich muss, ich muss, Frittete, Frittete. Halt das auf. Ja, ich denke, ich muss bei Frittete, Frittete immer an Belgien denken. Ja, wenn ich ein paar Pommesse, Frittete, Frittete, Frittete. Ich glaube, der Wiesenschleicher, das habe ich in Holland gesehen und davon träume ich, das will ich unbedingt haben. Es gibt Rasenmäher, die schleichen über die Wiese und mähen die ganze Zeit dabei ab, sind solargetrieben, überhaupt kein Problem. Nein, 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 das sind Schildkröte. Das sind keine Solarzelschildkröte. Ist das richtig, was wir sagen, Herr Balder? Bitte was denn? Ist das alles richtig, was wir sagen? Bis jetzt nicht. Dinosaurier, es ist ein Dinosaurier. In der Nähe von der Damenumkleide der meisten Freibäder findet man ja ältere Herren mit Ferngläser. Das sind aber keine Wiesenschleicher. Dinosaurier, ich sage Dinosaurier. Ich sage, es ist ein Dinosaurier. Nee, Wiesenschleicher gibt es heute noch. Ist das eine Raupen, eine Schlange, ein Schmetterling? Das Eingarte ist ja, dass dieses Wort heute schon vor nicht allzu langer Zeit auf einmal plötzlich gefallen ist. Niemand hat dir Wiesenschleicher gesagt. Das war ein Fußballspiel. Jetzt nicht bei der Frage, davor, glaube ich. Also es ist ein Tier. Ein Molch. Sport. Molch. Ein Molch. Eine Technische, eine Ameise. Es ist ja an der vorigen Frage mal gefallen. Ja, völlig unmotiviert hat es einer gesagt. Es ist aber jetzt nicht eine Brille, dann gehe ich. Ein Eischürzchen. Nein. Dann lass uns doch mal kurz zurückspulen. Eine Sternen. Geld raus, Geld raus. Ah, 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 eine Wanze. Ne? Weil wir waren ja beim Nacken. Sie meinen bestimmt, es ist beim Nackenbeißer gefallen das Wort. Ich weiß nicht, wo es gefallen ist. Vielleicht auch privat. Also, aber es ist eine Wanze. Es ist ein, Herr Balder, es ist ein Insekt. Es ist ein Insekt? Ja. Es ist ein Insekt? Nein, aber als es gefallen ist, hat es sich da wehgetan? Es ist ein Tier. Es ist aber ein Tier. Es ist kein Tier. Dann ist es ein Mensch. Es ist ein Mensch. Es ist eine Maschine. Es ist ein Samen. Es ist ein Samen. Engtanz, hatte ich vorhin gesagt. Ist das vielleicht ein Fachausdruck von einem grünen Tanz? Ein Wiesenschleicher ist ein Tanz. Ah, bei der Rumba, bei der Rumba, bei der Rumba, da machen wir das so nach. Tanzfigur. Da zieht man das so nach. Ne, ich zähle gerade nach, ob ihr noch fünf seid. Waren wir es je. Jetzt fehlt schon wieder eben so ein Wort. Tanz, wer und auch, Punkt. Aber, was hast du denn gerade gesagt? Tanz, hatte ich gesagt. Tanz, hatte er gesagt. Wer hat denn das Wort benutzt, wer? Nein, Tanz nicht. Ich weiß nicht, wer. Ihr erinnert ja immer alle durcheinander. Kann ich ja gar nicht unterscheiden. Das kann aber überhaupt nichts. Wenn wir jetzt mal nacheinander unterscheiden. Ja, also, Tanz ist es nicht Wiesenschleicher. Wäre aber ein schöner Name für den Tanz. Ja. Ein Wiesenschleicher. Ein Vogel. Ein, ein... Ein, ein... Ein, ein Getränk. Ein Wiesenschleicher. Getränk. Was ist denn das für ein Getränk? Grün ist es. Mit Alkohol oder ohne? Ne, lange im Abgang auch. Weiß ich so. Und haftet am Gaumen. Samtig an. Haftet am Gaumen. Ist grün und haftet am Gaumen. Ja. Ein Wiesenschleicher. Richtig. Ja. Gibt es den auch in der 2-Liter-Flasche mit Schraubverschluss? Na, nicht so oft. Ne. Ein Wiesenschleicher ist also eine Pflanze, Herr Balder. Wir haben das gesagt. Nein, nein, das ist es nicht. Aber es würde auf diverse Profis des 1. FC Köln in der letzten Saison... Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber leider, leider, leider ist es was anderes. Ein Wiesenschleicher. Ein Pilz. Der an der einen Seite der Wiese beginnt zu wachsen und sich langsam mit der Wiese hineinschleicht. Von unten die Wurzeln zu fressen. Es ist ja keine Pflanze. Und ein Pilz ist ja auch keine Pflanze. Das hätte er aber nicht gewusst. Es ist keine Pflanze. Aber es ist ein Pilz. Wer hat denn das jetzt wieder gesagt? Aber es ist vielleicht ein Kleidungsstück. Stopp, stopp. Was hat... Nicht so schnell, dass ich bin ein Wiesenschleicher. Was hast du gerade gesagt? Es ist ein Tier. Darum hat er gesagt? Wer hat denn das jetzt schon wieder gesagt? Die Hella war's. Tut mir leid, wenn ich das Tempo rausnehme. Es wäre doch so einfach, wenn wir uns jetzt einfach aus der Tierwelt verabschieden könnten. Das wäre sehr einfach. Mach's so einfach. Ja, schön. Das schaffen wir. Es ist eine Maschine. Es ist eine Maschine. Es ist eine Maschine, die hier gestellt wird. Kann man so sagen. Zange! Es ist eine... Der Wiesenschleicher ist eine ganz spezielle Zange, wo die Griffe oben sind und durch eine leichte Biegung... Mit einer leichten Biegung nach unten, senkrecht abgehend nach vorne, kann man mit dem Wiesenschleicher die Kanten schneiden. Man kann leise über die Wiese gehen, niemand hört, dass man sie abschneidet. Das ist alles möglich. Den Tee kannst du mitnehmen, aber lass mir das, was da drin ist da. Frau Rolka, Ihr Zahnarzt hat gerade langsam das Studio verliebt. Es ist eine Maschine im bäuerlichen Gewerbe, also ein Bauer benutzt einen Wiesenschleicher. Für was denn? Damit er nicht so schnell sachtig ist, weil er nach der Wiesenschleicher ist. Das ist ein Mähdrescher, der geht ja ganz langsam, weil vorne wird was einfacher. Also ist es eine landwirtschaftliche Maschine? Genau. Nein, nein. Jetzt bin ich doch mal an, alles was ihr heute Abend gesagt habt, das kann doch nicht so schwer sein. Doch. Du hast Eichhörnchen gesagt, aber das war es nicht. Das war ein guter Beitrag. Absolut. Aber es hat was mit Landwirt, nein Landwirt nicht. Aber ein Eichhörnchen ist es jetzt nicht. Sex hatten wir eben. Er hat von Sex geredet. Eine Maschine? Hella hatte die Verdauung mal thematisiert. Sex? Sex im Freien in der Schweiz. Eine Wiesenschleicher. Sexmaschine, Wiesenschleicher? Wie war das Sex im Freien in der Schweiz? Ich weiß es. Also ein grüner, grüner wie mit, nee. Die Bilder kriegen nie wieder. Die kommen aus Deinem Kopf raus. Ja. Die kommen raus. Ja, Wiesenschleicher. Ein Gras besetzt. Mit Gännen zu blühen. Bah! Was, man kann die Dinger auch wegwerfen, wenn die älter sind. Aber aus dem nicht. Nee, das Tolle ist, man muss die nicht, man kann die mähen, wenn die, nee, das ist alles. Ich mag den grünen Tee nicht mehr. Also, ein Tier ist es nicht. Dann ist es eine Bettwurst. Das habe ich auch heute Abend gesagt. Ich will hier raus. Es ist für uns alle die 6. Es ist die Bettwurst ins Spiel. Herrschaften. Verdammt nochmal, das kann ja nicht so schwer sein. Wir hatten eben den Nackenbeißer. Was hatten wir denn da alles? Seefahrt. Genau. Ich werde es euch sagen. Eine tierische Bettwurst. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Also, irgendwann fiel vor, ich weiß nicht wann, bei irgendeiner Frage, ich glaube von Frau von uns sind völlig unmotiviert, das Wort Modellflugzeug. War das von Ihnen? Wann war das? Na toll, Hella. Nein. Das ist lange her. Das ist lange her. Modellflugzeuge mit geringer Motorleistung erkennt man daran, dass sie langsam und in geringer Höhe über die Wiesen kurben. Und weil das so aussieht, als würden sie über die Wiesen schreien. Spricht der Modellflieger, wenn er sowas von einem Kollegen sieht und sagt, guck mal, der hat einen Wiesenschleicher. Einfach so ein lahmes Teil. Modellflugzeug. Jetzt wäre es angebracht gewesen. Mann, Hella. Es macht ja nichts. Gunter Kiesli aus Luggenwalde, 500 Euro für Sie. Gratulation. Nächste Frage. Nächste Frage. Nein, nein, nein. Das war gut. Jetzt haben wir noch vorbei. Eine noch. Zugabe. Zugabe. Eine noch. Zugabe. 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 Das war genial daneben. Wir sehen uns nicht. Machen Sie es doch mal, Herr Holtkast. Machen Sie es einmal. Jetzt geht es los. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage einschicken. Nein, meine Damen und Herren, das war genial daneben. Einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.